Guten Morgen euch allen, schön, dass ihr da seid. Hat es euch gefallen, der Adlersong? Dieser Adlersong hat eigentlich was ausgesprochen, um was es mir heute geht. Mir geht es heute nicht um den Adlersong, sondern mir geht es heute um das, was wir heute miteinander besprechen wollen. Wir haben eine Predigtreihe, die letztes Mal schon angefangen hat, die Predigtreihe Follow Me. Und in dieser Predigtreihe Follow Me machen wir parallel einen Jüngerschaftskurs. Der heißt, wie heißt er denn? Der heißt Nachfolge. Und wir werden jetzt in den nächsten paar Wochen noch Themen aus diesem Kurs nehmen, Nachfolge. Und im September haben wir nochmal einen Blog, wo wir das auch machen. Und jetzt würde ich euch einfach sagen, ich lade euch herzlich ein, wenn ihr Bock habt, mit einer Gruppe gemeinsam, mit Jesus weiter, stärker nach vorne zu kommen, lade ich euch ein, ab kommenden Mittwoch mit dabei zu sein, diesen Kurs zu machen. Und ihr findet alle Infos zu diesem Kurs auf unserer Homepage unter der Rubrik Kleingruppen, findet ihr gleich oben den Jüngerschaftskurs. Da stehen alle Daten drin, alle Themen. Und cool ist, wenn ihr euch anmeldet bei mir, dann weiß ich ein bisschen Bescheid. Ansonsten treffe ich euch nächste Woche Mittwoch bei diesem Kurs. Und heute wollen wir im Rahmen dieses Kurses weitermachen und wollen uns Gedanken machen über das Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Ich war damals in der neunten Klasse und ich saß neben jemandem, der irgendwie so einen komischen Witz gemacht hat. Und was macht man, wenn man einen Witz hört und den gut findet? Man lacht ganz tief in sich hinein. Nein, ich habe natürlich gelacht. Und da habe ich ihm auch irgendwas erzählt, da hat er auch gelacht. Und irgendwann hat sich das so hochgeschaukelt. Kennt ihr das? Du kannst nicht mehr aufhören zu lachen. Und es wird immer schlimmer. Das letzte Mal habe ich das erlebt in meiner Vikariatszeit mit Pastor Stefan Vatter. Vielleicht kennt ihn jemand. Dass wir uns nicht rausgeschmissen haben, war alles. Aber damals in der Schule, wo ich so gelacht habe, bin ich aufgefallen. Das erste Mal in meinem Leben. Und lacht ihr? Und auf jeden Fall, da hat die Lehrerin was gesagt. Ich weiß heute, das macht euch gar nichts mehr aus. Für mich war das damals ein Schock. Die hat gesagt, raus. Aus. Die meinte, raus mit, ich soll jetzt die Klasse verlassen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe weiter gelacht. Warum? Weil ich nicht mehr aufhören konnte. Oh, war das peinlich. Ich bin irgendwie rot angelaufen. Ich wollte gar nicht mehr lachen. Aber ich musste noch lachen. Und alle haben mich angeschaut. Ich bin rot geworden. Konnte man nicht sehen. Aber war wirklich so. Und ja. Ich habe mich geschämt. Habt ihr euch schon mal geschämt? So richtig geschämt? Und das habe ich da erlebt. Und was schämen? Darum soll es heute gehen. Unter anderem. Es soll heute um das Evangelium gehen. Und es soll darum gehen, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen. Und manchmal schämen sich Menschen. Hast du dich schon mal geschämt? Fremdgeschämt? Kennt ihr das? Fremdschämen? Ja. Da ist zum Beispiel jemand in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Vater und Mutter haben sich krumm gebuckelt, damit ihr Söhnchen studieren konnte, weil er es ja mal besser haben sollte als sie. Und er hat es geschafft. Er hat Karriere gemacht. Und nun verkehrt er in den gehobenen Kreisen der Gesellschaft. Im Konzern bei seinen Freunden und Bekannten gibt er sich immer so wortkarg, wenn es um seine Herkunft geht. Seine Eltern besucht er nur noch selten, denn er schämt sich ihrer einfachen Art wegen. Scham geht gewöhnlich einher mit dem Gefühl der Peinlichkeit. Denken wir nur an einen Mann in der Bibel, der muss, wer muss für alles Negative in der Bibel mal herhalten? Petrus. Ja? Petrus. Und ihm ging das auch so. Er hat vollmundig bekannt, dass er Jesus in jeder Lage zu ihm halten wird. Und dann wird er von seiner eigenen Überheblichkeit enttäuscht. Und das ist oft so, wenn du merkst, deine eigene Geschichte, du scheiterst an dir selber. Aber Leute kriegen das mit. Leute merken, dass du viel mehr im Schaufenster hast als im eigenen Laden. Und das sind dann oft manchmal so peinliche Momente. Das sind Momente, wo jemand hinter deiner Erbärmlichkeit blickt, wenn herauskommt, dass wir nur so halb so gut sind, wie wir immer tun. Und dieses Gefühl der Scham ist schlimmer als Schmerz, manchmal schlimmer als der Tod, wenn du zum Beispiel nicht in einer Schuldkultur, sondern in einer Schamkultur aufgewachsen bist. Da ist Scham. Scham ist das Schlimmste. Ich weiß noch, in meiner Schule, wenn wir Sport hatten, Fußball gespielt haben, wurde aufgezählt zwei Mannschaften. Und ich war in einer Mannschaft mit einem türkischen Mitschüler, Ismail Asil, weiß noch heute seinen Namen. Und wenn er unsere Gruppe verloren hat, da war der durch. Da war der durch, das hat er nicht mehr geschafft. Er hat geslingt. Ich meine, Ismail, ist doch nur ein Spiel, ist doch egal. Aber nein, das war so krass für ihn, weil er Schamgefühle hatte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einmal auch eine Frage an uns stellen. Welchen Stellenwert hat eigentlich diese Botschaft von Jesus für uns? Ist das eine Botschaft, wo du denkst, ey, die haue ich raus, sofort. Egal in welcher Situation ich bin, die Botschaft von Jesus, die haue ich raus. Die sage ich den Menschen, weil das ist die beste Botschaft der Welt. Und dann erlebst du dich selber, dass du es gar nicht tust. Du tust es gar nicht. Du hältst sie zurück, weil du denkst, die Leute sind, die sind nicht bescheuert. Du denkst, du bist bescheuert, weil du die beste Botschaft der Welt hast. Und du sagst es nicht. Du schämst dich des Evangeliums von Jesus. Und das ist so verrückt. Und das erleben wir manchmal. Wir sprechen diese Botschaft nicht aus, die eigentlich uns erreicht hat. Wir sprechen die Botschaft nicht aus, die uns errettet hat, die uns erreicht hat, die unser Leben vollkommen anders gemacht hat. Und wir erzählen es nicht. Wir kriegen es nicht rüber. Der Apostel Paulus besucht eine Gemeinde. Er möchte diese Gemeinde gewinnen für seine Spanienreise. Das ist eigentlich der Grund, warum er diese Gemeinde besucht. Und er schreibt dieser Gemeinde einen kompletten Brief. Das ist sozusagen das Evangelium des Paulus, wo er darstellt, wer er eigentlich ist, was zutiefst seine Theologie ist. Eines der bekanntesten Bücher im Neuen Testament, eines meiner Lieblingsbücher, der Römerbrief. Und im Römerbrief sagt Paulus folgendes, vielleicht schmeißen wir mal die erste Folie gleich mit rein. Ab Vers 14, da sagt er, Griechen und Nicht-Griechen, Gebildeten und Ungebildeten, bin ich verpflichtet. Deshalb bin ich, soweit an mir liegt, bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Jetzt kommt's. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm, in diesem Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der als Glauben Gerechte wird leben. In einer anderen Übersetzung, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben. Und es gibt keinen Grund, ich möchte dir das heute Morgen sagen, es gibt keinen einzigen Grund in deinem Leben, dass du dich dieser Botschaft schämst. Weil es ist diese coole, diese beste Botschaft. Und warum schämst du dich? Ich sage dir, das ist ein geistiger Kampf. Es ist ein geistiger Kampf, der abgeht. Du kannst alles Mögliche erzählen, aber wenn du anfängst, in gewissen Kreisen, wo man dich kennenlernt, das Evangelium zu sagen, merkst du, irgendwas schluckt einen Moment. Du musst nachdenken. Und das ist das. Diesen Kampf wollen wir heute Morgen gewinnen. Amen. Ja. Ich möchte uns fragen, warum schämen wir uns? Ja, nochmal, Petrus. Ja, das war so ein Schlawiner, könnte man sagen, der sich ja das Evangelium schämte. Ja. Mehr noch, er behauptete, Jesus nie gekannt zu haben. Mal ehrlich, haben wir nicht auch schon gedacht, was für ein Feigling, Petrus. Sicher fehlt ihm die Liebe zu Jesus, oder was meint ihr? Ja, wenn er so wäre wie wir, wäre ihm das nicht passiert. Ganz bestimmt. Haben wir auch schon genau, naja, haben wir auch nicht schon Ähnliches bei uns selbst erlebt? Kennen wir nicht auch aus eigener Erfahrung das Gefühl unaussprechlicher Scham, wenn wir am Arbeitsplatz, im Zug, im Verein, auf der letzten Party mit Freunden und Bekannten uns für Jesus geschämt haben? Wir haben es nicht rausgehauen. Wir haben nicht gesagt. Situation hätten wir genug gehabt, wo Leute gesagt haben, mir geht's scheiße, mir geht's dreckig, das ist nicht in Ordnung. Wir hätten sagen können, weißt du was, das habe ich erlebt. Ich habe Kraft, Kraft Gottes in meinem Leben erlebt. Ich weiß es eigentlich besser und ich habe es nicht getan. Ja, obwohl es ist ein geistlicher Kampf. Es ist keine Frage, dass wir nicht umsonst zu viel Überwinterkraft aufbringen müssen, wenn es darum geht, an diesen soeben genannten Orten uns eindeutig zu unserem Glauben an Jesus Christus, dem Sehnen Gottes zu stellen und ihn zu bekennen. Oder oft werden wir verlacht und nicht selten erleben wir Ausgrenzung der anderen und werden als Exoten dargestellt. Wir kommen uns vor, wie damals in der Schulklasse, als der Lehrer gesagt hat, ab in die Ecke, raus. Woran liegt das? Es gibt jemanden in unserem Leben, seitdem ich Christ geworden bin, der hat keinen Bock, dass ich das Beste, was ich habe, die beste Botschaft der Welt verkündige. Und ich sage dem heute, ein für allemal, Jesus Christus ist in meinem Leben. Jesus Christus ist in deinem Leben Sieger. Und wir werden diese Botschaft verkündigen, weil es eine Freudenbotschaft ist. Evangelium heißt eigentlich vom Griechischen Euangelium. Der Angelos war ein Engel oder der Angelos ist ein Bote. Die Angelia ist die Botschaft. Und das Eu im Griechischen ist immer positiv. Heute sagt man, ich habe Eu-Stress. Schon mal gehört? Da steckt das drin. Eu Angelion. Es ist eine frohmachende Botschaft. Es ist keine schlechte Botschaft. Und hier bedeutet es die beste Botschaft der Welt. Die ist uns gegeben. Und darum sagt der Apostel Paulus, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes. Hast du nach Kraft in deinem Leben? Also auf die Dauer hilft nur Power. Auf die Dauer hat es keinen Sinn, dass ich irgendwas erzähle. Auf die Dauer muss ich diese Kraft von Jesus selber erlebt haben. Sonst ist das alles Mumpitz. Sonst komme ich nicht weiter. Auch Paulus wusste das. Dennoch konnte er den Christen in Rom schreiben. Macht euch um mich keine Sorgen, wenn ich zu euch nach Rom kommen werde, um dort das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Natürlich ist mir bekannt, welche Hindernisse sich mir dort in den Weg stellen können. Philosophen aller Schattierungen, die so hochgebildet sind, dass sie sich für die Annahme des schlichten Evangeliums von Jesus selbst im Weg stehen. Ich habe Menschen schon erklärt, was es bedeutet, Christ zu werden, Jesus anzunehmen, diese einfache Botschaft. Und die haben gesagt, wie, wie, mehr nicht, mehr nicht. Das kann doch nicht sein. Da ist doch noch was dahinter. Da muss ich doch noch mal was machen. Nein, du musst das für dich annehmen. Und du musst ihm dein Leben geben und dein Leben wird sich verändern. Hey, ist das eine Botschaft für die anderen oder ist das eine Botschaft für uns? Wenn das nie eine Botschaft für uns ist, weil ich das meine Mama, mein Papa hat das schon gemacht, mein Onkel, meine Tante, mein Opa, die Großmutter, der Schäferhund. Nein, du musst das für dich in Anspruch nehmen. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Und ich will das immer wieder neu erleben. Ich kann nicht diese Sache konservieren. Ich muss Jesus immer wieder neu erleben. Diese Powerkraft. Mehr von ihm. Mehr von ihm. Mehr von dieser Kraft. Weil das ist das Einzige, was mein Leben verändert. Wenn er hineinkommt und in mein Leben spricht, übernatürlich. Diese Botschaft von Jesus ist übernatürlich, weil sonst könnte sie dich nicht retten. Paulus hat sie alle erlebt, diese Leute. Wahrsager, Götzendiener, andere Scharlatane, ganz zu schweigen von denen, die den römischen Kaiser als Gott verehrt haben. Und zu guter Letzt die Angriffe aus der eigenen Reihe. Jüdische Extremisten, Judenchristen, die meinten, dass man sie verrät, dass man die Religion verrät. Weil Paulus hat gesagt, Christus allein genügt. Christus allein genügt. Christus allein daran zu glauben, rettet vom Glauben zum Glauben. Das will man nicht hören. Das will man nicht hören. Man sagt, du musst noch dies machen, du musst noch das machen. Du musst noch jenes machen und das. Nein, hat Paulus gesagt, wer euch ein anderes Evangelium verkündet als ich, der sei verflucht. Wow, das hat er den Galatern gesagt. Das hat gesessen. Und weil er es einmal gesagt hat, sagt er es nochmal zweimal in einem Versabschnitt. Wow. Was willst du hören? Was willst du hören? Das ist Wort der Rettung. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich möchte dich ermutigen und im positiven Sinne ermahnen. Nimm Jesus für dein Leben an und es wird sich ändern. Ich sage nicht, alles wird sich ändern. Ich komme gleich darauf. Aber dein Status wird sich verändern. Du bist nicht mehr derselbe. Noch etwas. Das Evangelium von Jesus ist und hat kein Placebo-Effekt. Nach dem Motto, Hauptsache, komm, glaub nur an irgendwas. Wenn du mit Leuten sprichst, dann kriegst du eine verbale Streicheleinheit und sagst, ja, Hauptsache, du glaubst an irgendwas. Ist schon fein, ja? Wenn du an irgendwas glaubst. Nein. Das Evangelium ist nicht irgendwas. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Die rettet, die da glaubt. Das Evangelium ist eine Person. Und das ist Jesus. Warum aber tun wir uns so schwer mit der wichtigsten Botschaft der Welt? Sollte man sich dessen schämen? Hast du dich dasselbe schon mal gefragt? Wie stehst du zu dieser Rettungsbotschaft? Gibst du sie frei und fröhlich bei jeder Gelegenheit, die dir bietet, weiter? Dieser Mann, Paulus, der große Apostel, der dieses unerschrockene Bekenntnis vom Evangelium Christi ablegt, weiß aus eigener Erfahrung, welch komische Figur Christen bei Nichtchristen abgeben und wie wir von ihnen missverstanden werden können, wenn wir das allein rettende Evangelium vermitteln. Vielleicht nimmt es keiner mehr ernst, wenn wir ernst mit Gott machen. Die Frage ist nur, was ist dir eigentlich wichtiger? Was ist dir wichtiger? Wisst ihr, ich habe mich schon selber so oft dabei ertappt, dass mir wichtiger ist, was Menschen von mir denken, als das, was Gott von mir denkt. Und da merke ich, ich habe ein falsches Gottesbild. Weil viel wichtiger ist das, was Gott von mir denkt. Viel wichtiger in meinem Leben ist, dass ich ihm gefalle und nicht Menschen gefalle. Und das ist eine Riesenfalle, wenn ich schon von Gefalle spreche, dass wir denken Menschen. Ja, was denken die von mir? Weg damit. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Kann man an dir, kann man an mir wahrnehmen, das wegen uns die Botschaft ist, die alle Menschen retten will? Oder geht es uns wie einem Clown in einem dänischen Reisezirkus, der dort arbeitete? Kaum hatte sich der Zirkus am Rande eines Dorfes niedergelassen, brach dort ein Feuer aus. Obwohl der Clown bereits für seinen Auftritt hergerichtet war, schickte ihn der Direktor ins Dorf, um Hilfe beim Feuerlöschen zu bitten und die Leute vor dem Feuer zu warnen, das nicht nur den Zirkus zerstörte, sondern bereits über die Felder ging und sich ausbreitete und dieses Dorf ebenfalls vernichten könnte. Doch die Dorfbewohner erkannten in dem Clown nicht den Warnenden mit der Botschaft der Rettung und sie nahmen ihn nicht ernst. Folglich. Erwürdest du einen Clown ernst nehmen, der dir irgendwas sagt? Was war geschehen? Nun, man hat ihn nicht ernst genommen. Sein Verhalten und Benehmen passten nicht zu der Botschaft, die er eigentlich dringend weitersagen musste. Das war das Problem. Die Leute glaubten, es würde sich um ein Werbegag vom Zirkus handeln und damit wollten sie eigentlich die Leute in die Vorstellung locken. Sie lachten und applaudierten dem Clown. Dieser konnte noch so sehr weinen, flehen und versichern, dass es keine Vorstellung gäbe, sondern dass ich das Dorf wirklich in Gefahr befinde. Aber je mehr er flehte, je mehr er weinte, je mehr er auf die Leute eindrängte, desto mehr haben sie über ihn gelacht und haben ihm applaudiert. Und dann passierte es, dass das Feuer über das Dorf übergriff und es vernichtete, noch ehe die Dörfler zur Besinnung kamen. So ist das manchmal auch mit dem Evangelium. Was sehen Menschen an uns? Ihr kennt diesen Spruch, dass man sagt, verkündige das Evangelium und wenn möglich auch mit Worten. Ich muss euch sagen, ich sehe das völlig anders. Ich habe doch einen Mund bekommen zum Reden und es, ich liebe es doch, weiterzugeben, was mir wichtig ist. Wenn mir etwas wichtig ist, dann kann ich davon reden. Fangt nie an und fragt mich was über Autos. Habt ihr selber Schuld. Ja. Ich kann stundenlang über Autos reden. Ich weiß noch, ich war mit einem Freund in Amerika, in Chicago. Wir waren bei, wie heißt der Kaffeeladen noch? Starbucks. Genau. Zwei Stunden Starbucks und wir haben uns nur abgelästert über die Reiskocher und nur über die amerikanischen Autos. Es war herrlich. Ja, Reiskocher sind japanische Autos. Sorry. Warum fällt es uns so schwer, diese Botschaft weiter zu sagen? Ähnlich mag es Paulus bei den Athenern gegangen. Paulus war in dieser großen Stadt, damals Athen die Stadt, die das ganze damalige griechische Weltreich irgendwo verbunden hatte. Ein Ort auf dem Marktplatz, wo die verschiedensten Philosophen waren, große Leute und Paulus empfindet für sich einen Grimm und einen Zorn über Philosophien, die eigentlich nichts bedeuten, wo er gemerkt hat, diese einzige Botschaft, die Menschen rettet, die alles verändert, ist die Botschaft von Jesus Christus. Und er geht hin, spricht mit den Leuten, alles hochgebildete Leute auf dem Marktplatz, dem sogenannten Areopag und da sind Vertreter der ansätzlichen Philosophenschulen und er führt hitzige Debatten. und da ist ein Stuhl frei und er sagt, ihr sprecht von einem unbekannten Gott und das ist der Stuhl, auf dem der unbekannte Gott sitzt und das ist der Gott, den ich euch heute verkündige. Paulus überlegt sich gut, was er machen kann, dass er Menschen mit dieser Botschaft in Verbindung bringt. Und ganz ehrlich, hast du schon mal mit Philosophen diskutiert? Ich habe in einem Haus gewohnt, unsere Nachbarn waren beides promovierte Physiker und ich konnte denen gar nichts entgegensetzen, zumindest nicht mit Physik. Aber ich habe gesagt, neben der Physik gibt es eine Metaphysik, das heißt eigentlich das, was daneben ist. Es gibt eine übergeordnete Physik, es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären, selbst als Wissenschaftler und schon hatte ich sie in meinem Schwitzkasten und konnte sagen, es gibt das Übernatürliche und das ist Jesus. Vertrau doch darauf, vertrau doch darauf, dass Gott dich gebraucht, egal wen du vor dir hast, vertrau doch darauf. Wie oft hat man mir gesagt, wenn du sonntags predigst, musst du gucken, dass du eine gute, hohe Botschaft hast, eine intellektuelle Botschaft, damit auch Leute, die intellektuell sind, dich zu verstehen und habe ich mit intellektuellen Christen gesprochen, die haben gesagt, ich will sonntags einfach nur reinhören und will das Evangelium hören. Menschen wollen nicht mehr. Menschen brauchen diese wunderbare Botschaft. Willst du ernst genommen werden bei den Menschen? Ich frage mich, ob du geliebt werden willst, weil du bist ja geliebt durch Christus. Aber willst du ernst genommen werden von den Menschen? Dann sag ihnen doch, was in dir ist. Sag es doch. Die sollen doch erkennen, wer du bist, dass Christus das Wichtigste in deinem Leben ist. Das Evangelium ist eine Kraft, die rettet. Sie rettet Menschen. Sie allein hat die Kraft, Ketten von Bindungen zu sprengen, seien es noch so dicke Ketten. Das ist Dynamit Gottes. Und Gott kann nicht nur dein inneres Verhalten verändern. Gott kann nicht nur riesengroße Probleme von dir verändern. Er kann sie wegtun. Er ist übernatürlich. Aber diese Botschaft ist noch mehr. Er rettet dich. Das tut er vielleicht auch alles noch. Aber sei dir sicher. Er rettet dich. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, hier bin ich. Ich bin jetzt einfach hier. Und ich merke, ich brauche dich. Ich will nicht zur Hölle gehen. Ich möchte ewiges Leben haben. Hast du schon mal gemerkt, das ganze Thema ewiges Leben, das ist so präsent in dir. Das ist so drin. Das ist so drin. Warum? Weil Gott das in dein Herz hineingelegt hat. Gott hat Ewigkeit in dein Herz hineingelegt. Und das kommt, das ist von der Töpfung her, ist das nicht weggenommen worden, auch durch den Sündenfall. Was geblieben ist, ist in dir der Wunsch, dieses Denken über Ewigkeit. Du kannst da nicht Stopp machen. Du musst darüber nachdenken. Du hast nicht auf alles eine Antwort. Aber ich kann dir sagen, du kommst zur Ruhe mit deinem Leben. Du kommst zur Ruhe mit deiner Seele und mit deinem Geist, wenn du weißt, du hast diese Frage für dich beantwortet. Und dafür ist Jesus gekommen. Das ist so einzigartig. Weil Paulus um diese Kraft in seinem eigenen Leben und in dem Leben derer, denen er dieses Wort vom Kreuz verkündet hat und die ihn angenommen haben, weiß, hat er kein anderes Ziel mehr für sein Leben. Vielleicht können wir die nächste Folie reintun. Ich möchte euch fragen, was soll passieren, damit uns diese Botschaft und dieser Auftrag in Bewegung setzt, nämlich leidenschaftlich. Was soll passieren? Und ihr seht, ich habe ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen gesetzt, ganz bewusst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können uns für alles ergreifen. Wir werden demnächst vier starke Sport- und Fußballgottesdienste haben während der Europameisterschaft hier, wo wir Menschen erreichen wollen mit dieser Botschaft. Liebt ihr es, über Fußball zu reden? Es gibt andere schöne Dinge. Egal. Man kann über alles Mögliche reden, was uns fasziniert, über Autos. Manche lieben es, über Haushaltsartikel aus Kunststoff zu sprechen. Ja, ich habe den Namen leider vergessen. Oder Elektrogeräte, die selber das Essen kochen. Ja, habt ihr den, weißt du, wisst ihr den Namen noch? Da gibt es, kannst du per App schalten. Ja, kostet 1800 Euro. Dann weißt du, wie oft du da zu McDonald's gehen kannst? Aber, wenn es darum geht, den Mitmenschen in der passenden Situation und das Evangelium zu sagen, da rutscht uns das Herz in der Rose. Ist denn diese Botschaft schlecht? Nein, das ist die beste Botschaft. Was ist es, das uns so schwer werden lässt? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und jetzt möchte ich uns fragen, warum schämen wir uns nicht? Warum nicht? Weil das Evangelium in Gottes Augen Dynamit ist. Das ist nicht nur eine Botschaft. Ja, es ist Dynamit. Es ist Kraft. Es ist Kraft. Und wenn du mal siehst, wie Menschen unter dieser Kraft Gottes zusammenbrechen, wenn du merkst, sie brechen zusammen und der Herr richtet sie wieder auf. Wie wunderbar ist das, wenn du merkst, jetzt sind sie in der Ewigkeit angekommen. Jetzt schon. Die Ewigkeit beginnt jetzt schon, wenn du Jesus angenommen hast. Wenn du merkst, ey, du fährst endlich ein in deinen Heimathafen. Du weißt endlich, warum es dich gibt. Das ist so stark. Das ist diese Kraft. Warum schämen wir uns nicht? Weil es sich um die beste Botschaft der Welt für jeden Menschen handelt. Wer Jesus annimmt, erfährt das. Wer dieser Botschaft keinen Glauben schenkt, der ist für immer verloren, wie immer auch er in dieser Welt gelebt hat und was immer er auch getan hat oder nicht getan hat. Das, was war und das, was ist, wird hinfällig, wenn die Botschaft von der rettenden Liebe Gottes in Jesus Christus verkündigt wird und dich erreicht, bei dir ankommt. Darum sollten wir uns nicht schämen, was diese rettende Botschaft ausgerichtet hat. Sehen wir zum Beispiel, welche Kraft diese Botschaft hat. Im Jahre 1500, ich bin mir nicht ganz sicher, 1517 gab es einen Augustiner Mönch, der hat, der war auf der Suche, auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Die Menschen haben immer schon Gott gesucht und er war auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Warum? Er hat gedacht, wenn er die niedrigsten Aufgaben im Kloster macht, dann wird Gott ihn erreichen und dann wird Gott sich daran freuen und er hat sich selber gegeißelt und dann liest er die Bibel und jetzt sage ich euch, wie stark die Wirkungsgeschichte von Römer 1,16 war. Er liest diese Bibelstelle und liest, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, Dynamis auf Griechisch, die rettet alle, die daran glauben. Dieser Mann hieß Dr. Martin Luther. So, was will ich euch sagen? Er ist aus diesem Teufelskreis von Jesus und ich muss noch das und das und das machen ausgebrochen und hat verkündet und hat gesagt, das ist alles falsch. Er hat an der Stiftskirche zu Wittenberg seine sogenannten 95 Thesen angeschlagen und hat gesagt, das ist alles nicht wahr. Das Evangelium allein ist Kraft Gottes. Das Evangelium allein reicht aus. Die Wirkungsgeschichte war, dass wir, dass Menschen darüber nachgedacht haben, über ihr Leben. Man ist wieder zurückgegangen zu den echten Formen von Glauben. Das war eine Reform. Das wurde reformiert. Ja, und es kam eine Reformation. Aber das ist nur ein Wort. Was hier passiert ist, Kraft Gottes hat sich ereignet bei Menschen. Kraft Gottes hat sich ereignet bei Menschen. Das ging durch ganz Westeuropa. Das ging später rüber zu den Vereinigten Staaten. Das ging rüber in den Osten. Das ging rüber nach Westen. Und heute, wenn wir nach Südamerika gehen, sehen wir Gemeinden. In einem Ort mit 350.000 Einwohnern hast du 12, 13, 14 Gemeinden. Die kleinste hat 3.000 Mitglieder. Alles Menschen, die Kraft Gottes erlebt haben. In Kolumbien gibt es Gefängnisse, die sind heute leer, weil alle Gefängnis insassen zum Glauben gekommen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? In China gab es einen Mann, der war im Gefängnis und er ist zum Glauben gekommen. Wang Mingdao. Kann man sich merken. Wang Mingdao. Ja, es klingt wie der Ort Hongkling. Und jetzt stellt euch das mal vor. Dieser Mann ist zum Glauben gekommen im Gefängnis. Nach Jahren ist er freigekommen und er hat gesagt, ich bleibe in diesem Gefängnis. Und da haben die gesagt, warum bleibst du denn in diesem Gefängnis? Da hat er gesagt, hier ist doch meine Gemeinde. Weil fast alle Gemeindemitglieder, fast alle Gefängnisinsassen zum Glauben gekommen sind. Da hat er gesagt, hier ist doch meine Gemeinde. Kraft Gottes. Kraft Gottes. Aber alle Storys. Du bist die nächste Story. Ich möchte deine Gott-Story hören, wo du Kraft Gottes in deinem Leben erlebt hast. Es geht nicht um die anderen, es geht um dich. Und darum möchte ich dich ermutigen, nimm diese Botschaft von Jesus an. Und wenn du das getan hast und du hast nicht mehr diese Kraft Gottes, dann setze dich dem wieder aus. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wieder eine neue Hingabe, dich neu hinzustrecken, zu sagen, ich brauche in meinem Leben Kraft Gottes. Keine Theorie mehr. Luther hatte beim Studieren genau das erkannt. Er wollte Kraft Gottes erleben. Kraft. Sehnst du dich danach? Das ist es doch. Vielleicht sollten wir wieder ernst machen mit der Botschaft, damit wir Gott wieder mehr erfahren, damit wir das, was wir den Menschen verkündigen sollen, dass sie mir denken, ja, warum soll ich das eigentlich verkündigen? Warum? Weil ich es selber erlebt habe. Und ich möchte, dass du heute Morgen wieder einen Hunger entwickelst, dass du sagst, ich will diese Kraft endlich erleben für mein Leben, endlich wieder neu für mich erleben. Vielleicht gelingt es uns dann besser, diese wundervolle Nachricht ohne Ansinnen der Person Menschen weiterzugeben. Wollen wir nicht von Paulus lernen? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum nicht? Wir haben von Gott die gleiche Berufung empfangen wie er. Paulus sagt, sagt allen Menschen ohne Rücksicht auf ihren Stand und ihrer Bildung diese Botschaft von Jesus. Warum brauchen wir mit dieser Botschaft weder vor den Herren dieser Welt noch vor den glänzenden Wissenschaftlern und Denkern unserer Zeit, warum brauchen wir uns davon nicht mehr verstecken? Weil sie einzigartig ist. Weil jeder Mensch letztendlich sich danach sehnt. Diese Botschaft ist für alle Menschen gleich wichtig. Übrigens noch was. Diese Botschaft von Jesus. Es geht nicht um Lebensphilosophie, die jeder haben und sich aussuchen kann, wie er will. Wenn das der Fall wäre, wäre ich kein Pastor geworden. Ich wäre nicht mal Christ geworden. Das Evangelium hat auch nichts damit zu tun, dass sie nur für primitive Weltanschauungen gut ist und nicht mehr für den modernen Menschen. Es geht im Evangelium auch nicht in erster Linie um dein Glück. Du musst das Evangelium nicht annehmen, um glücklich zu sein. Macht das Evangelium glücklich? Yes. Macht es Spaß? Meistens. Aber es rettet. Es rettet. Du weißt endlich, wohin du kommst. Du weißt endlich, wer du bist. Diese beiden existenziellen Fragen. Du weißt, wo du hingehst und du weißt, wer du bist. Und das Dritte ist, du weißt, wofür du lebst. Wie wunderbar das ist. Und das beinhaltet das Evangelium. Es rettet. Es gibt Menschen, ich sag es mal, deren Leben gelingt viel besser als meins. Aber sie haben Jesus nicht. Und das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, dass ich das noch toppe, dass mein Leben noch besser wird, dass ich noch bessere Schulabschüsse mache oder was weiß ich, dass ich noch mehr Geld verdiene, dass ich noch ein größerer Einflussnehmer bin und was weiß ich. Darum geht das alles nicht. Das Beste, was du bekommen kannst, ist, dass der Herr dich rettet. Er kam nicht, damit wir noch glücklicher werden sollten, sondern damit wir, damit er dem Teufel die Hölle plündert. Wenn wir von Jesus sprechen, geht es immer um Rettung. Und wenn es um Rettung geht, dann wissen wir, er rettet mich aus was? Er rettet mich aus tödlicher Gefahr. Weil ich bin in tödlicher Gefahr. Ich bin in der größten Gefahr, die es überhaupt gibt, dass ich nicht errettet bin, dass ich nicht das ewige Leben habe. Übrigens, alle Menschen haben das ewige Leben. Weil die Frage ist, wo du das Leben verbringst. Ob du das bei Gott verbringst oder eben nicht. Und das ist die Frage. Und das ist wieder hier, wie immer, ist ein Herrschaftsanspruch in deinem Leben. Du hast eine Entscheidung heute zu treffen. Ob du die Entscheidung für Jesus triffst oder nicht, bleibt dir völlig überlassen. Aber ich möchte dich einladen, für dich diese Entscheidung zu treffen und ihn anzunehmen. Vielleicht nochmal in die nächste Folie. Wir haben aus dem Evangelium Gottes in Jesus Christus eine Lehre über Gott gemacht. Aber die Lehre über Gott hat mich nicht zu einem neuen Menschen in Christus gemacht. Sie hat mich nicht gerettet. Zu jedem ernsthaften Retten gehört immer der Einsatz von Kraft. Und das ist das, was du erleben darfst. Kraft. Seine Kraft. Ich habe nicht gesagt, dass du das fühlen sollst. Lieb dir Gefühle im Glauben, weil ich liebe sie. Aber ich habe kein Dauerab oder so auf. Ich kann mir das nicht aussuchen. Aber die geistliche Wahrheit, die stimmt immer. Diese Rettungskraft aber liegt im Evangelium von Jesus vor. Sie wird dich retten. Und weil sie dich retten wird, sage ich, heute Morgen ergreife sie endlich. Pack das an für dein Leben. Lass dich aus deinem verkehrten Leben herausretten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von einem Mann, der, ja, man kann sagen, der Mitbegründer ist des deutschen Baptismus. Johann Gerd Onken. Johann Gerd Onken war unterwegs und er war in Leer aus Friesland und hat zwei Menschen in einem Kolk, das ist eine Wasserkuhle auf einer Weide, hat sie dort getauft. Und das wurde, so heißt es, der Leraner Geistigkeit zugetragen aus sicherer Quelle. Gleich am nächsten Morgen muss Onken ins Rathaus zum Vorher. Er weist sich aus als Reisender nach Holland für die Edinburgher Bibelgesellschaft und als ein evangelisch Taufgesinnter, der durch Ordination zur Taufhandlung berechtigt ist. Aber was so interessant ist, diese Ratsherrin, das interessiert sie überhaupt nicht. Er überzeugt sie nicht. Sie untersagen ihm strengstens jegliche religiöse Handlung und entlassen ihn, nachdem er das Protokoll gegengezeichnet hat. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich möchte dich genauso fragen, triffst du eine Entscheidung für Jesus, die vielleicht dein Leben schwierig machen könnte? Wärst du bereit, dass man dich als vorbestraft einstuft, weil du das Evangelium verkündet hast? In so vielen Ländern dieser Erde ist das der Normalfall. Auf jeden Fall, Onken geht zum Schiffsanleger und ist sehr beunruhigt. Er hat mit seiner Unterschrift das Verbot anerkannt. Das würde ja seinen Missionsauftrag völlig blockieren. Noch bevor er die M-Sphäre besteigt nach Holland, schreibt er einen Brief an die Obrigkeit, geschickt formuliert, aber ausdrücklich. Und er schreibt, nach einfach Überlegung ziehe ich es vor, lieber unter diesen Umständen zu leiden, als gegen meine Überzeugung zu handeln. Ich möchte dir was sagen. Diese Kraft Gottes, die Menschen rettet, die ist auch in dir, die macht auch dich stark. Die macht dich stark in dieser Welt, damit du selber wieder dieses Evangelium verkündigen kannst. Das ist eine Stärke. Möchte dich einladen, heute Morgen, dich dieser Stärke, dieser Kraft Gottes hinzugeben, wieder neu, dem Heiligen Geist zu erlauben, dass er in dir heute Morgen eine geistliche Verwandlung anzündet. Dass wieder eine neue Hingabe wird diese wunderschöne, wunderbare Botschaft von Jesus, wird, dass das wieder neu sprüht in deinem Leben. Dürfen wir nicht auch mutiger werden, wenn es um Jesus und um das Evangelium geht? Wäre es nicht schlimm, wenn ein Mensch die Rettung versäumt, weil wir uns geschämt haben, ihm das Evangelium zu sagen? So war das damals vor über 100 Jahren, als 1912 die Titanic in ihrer Jungfernfahrt von England rüber nach Amerika gefahren ist und wie dieses große Schiff, wo man gesagt hat, es ist unsinkbar, wie sie sinkt und wo man die Rettungsboote nicht voll macht, weil man Angst hatte, dass es nicht reicht. und so oft erlebe ich das in der Gemeinde, dass man Angst hat, dass es uns selber nicht reicht. Ich kann mich an Gemeindefeste erinnern, wo man sich die Essensteller so vollgepackt hat, dass es für die Gäste nicht mehr gereicht hat. Nicht nur, dass man das Futterneid nennt, das ist in der Tierwelt auch so, das ist, ich habe Angst, dass ich zu kurz komme. Ich habe Angst, dass es für mich nicht reicht. Das Evangelium reicht immer. Es reicht immer. Es reicht auch für dich. Ist dir das klar? Die Botschaft, die du verkündigst, reicht auch für dich. Diese Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr euch hier wohlfühlt, mit unserer neuen Lichtanlage, spaltet vielleicht manche. Aber von was lässt du dich spalten? Lässt du dich davon spalten, dass du dich nicht mehr so wohlfühlst oder andere fühlen sich umso wohler? Diese Gemeinde ist kein Clubhaus. Diese Gemeinde ist eine Rettungsstation. Wir wollen Menschen erreichen. Mehr Menschen erreichen. Mehr Menschen erreichen. Wir haben noch kein anderes Gebäude. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir drei Gottesdienste machen. Mehr Menschen erreichen. Mehr Menschen erreichen für Jesus. Mehr Menschen erreichen, weil ich die Kraft selber erlebt habe. Weil ich es selber erlebt habe, möchte ich es weitergeben. Geht es dir nicht genauso? Lass uns doch zu solchen Menschen werden, die ihren Mund öffnen, weil sie die beste Botschaft auf der Welt haben. Wir werden gleich hier das Licht ausmachen, damit es ein bisschen dunkler wird. Und wir wollen gemeinsam ein Kurzvideo anschauen. Nach diesem Kurzvideo wird unser Band hier nach vorne kommen. Wir werden einen Reaktionssong singen. Und Reaktion heißt, ich möchte, dass du darauf reagierst. Ich möchte, dass du darauf reagierst, indem du nach vorne kommst. und sagst, ich möchte mich neu wieder hingeben. Ich möchte wieder neu von dieser Botschaft von Jesus erfüllt werden. Und ich bete für dich. Und noch ein paar Segner kommen mit nach vorne. Und wir beten für dich. Oder du gibst auf deinem Platz. Aber du machst das klar. Du reagierst heute auf diese wunderbare Botschaft von Jesus. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Film ab. Amen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.